stecken sie in den aufbau ihres geschäftserfolgs nicht auch viel talent energie fachwissen und kreativität herzlich willkommen bei der unternehmer service ihren online netzwerkern in der region ich habe mich auf die beratung von gewerbetreibenden und freiberuflich spezialisiert und gemeinsam mit ihren kolleginnen und kollegen konzepte der kostenersparnis beabsicherung berufliche risiken entwickelt mit unserem unternehmens radar finden wir gemeinsam mit ihnen die passenden lösungen dabei legen wir den fokus auf alle wichtigen bereiche ihres unternehmens ruhen sie mich einfach an gemeinsam besprechen wir wie sie zum beispiel die vorteile der betrieblichen altersversorgung für ihr unternehmen optimal nützen können ich freue mich auf sie und 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 Untertitelung des ZDF, 2020